Komm schon, den... den treff ich jetzt! Den treff ich jetzt! Der kann... da kann nichts, oder? Oh, ich hab... Ich hab jetzt tausend Fähigkeiten gleichzeitig gedrückt und nichts hat gezündet. Außer die, die ich nicht wollte. Oh Gott, du hast nie... Seemst du zu Hause... Jo, hallo, 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 der Fall in der Präzision zu einer neuen Challenge, die mir gesandt wurde, aber wo ich nicht mehr den Kommentar finde, leider. Die Challenge geht im Grunde so. Ich nehme Kommando Erbse, die wurde sich eben gewünscht für diese Challenge. Challenge... Und ich darf nicht aufhören zu schießen. Ich bin einfach voll auf Fahrt und darf nicht aufhören zu schießen. Ich persönlich hab mir dann noch das Sieg gesetzt, nicht so oft zu sterben. Aber das hab ich's mir eigentlich immer gesetzt und, ähm, äh, erreiche ich... Manchmal... Und... nein, mein eigentliches Ziel ist, eine Präzision von über 5% zu haben. Also unter 5% nicht. Meine durchschnittliche Präzision ist 26 und... Das bedeutet, wenn ich das so richtig verstehe, dass ich jeden vierten Schuss durchschnittlich treffe. Der ja hier... das ja hier nicht so wirklich der Fall ist. Natürlich für Fähigkeiten, ähm, wäre ich natürlich aufhören zu schießen. Muss ich ja. Weil... die sind ja nicht verboten oder so. Aber sonst möchte ich halt immer in der Nähe von Gegnern sein und die immer auch natürlich treffen. Damit ich eine möglichst hohe Präzision habe. Scheißegal, ob ich die kille, egal wie viele Vorlagen ich mache. Ich möchte einfach nur treffen. Und halt nicht aufhören zu schießen. Oh, da könnte ich jetzt... Ist das jetzt erlaubt? Ja, eigentlich ist es schon erlaubt. Ähm, die MG zu setzen. Ist ne gute Lobby. Achso, da darf ich ja auch nicht aufhören zu schießen. Uiuiui. Gut, ich geh jetzt da rüber. Nahladen. Ja gut, das darf ich eigentlich so oft durchführen. Ich darf auch nicht aufhören zu schießen. Sehr gut, das läuft besser als beim ersten Versuch. Ziemlich mein zweiter Versuch beim ersten... Uh, das war ganz schlimm. Aber hier ist es ja mal nicht mal so schlecht. Okay. Ich fand die Idee... Die Challenge, die Idee fand ich am Anfang eigentlich nicht so gut. Die fand ich irgendwie... Hä, komisch. Weil dann hab ich... Dann hab ich ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir so... Hm. Könnte ja ganz witzig werden. Die ganze Zeit dieses wunderschöne Geräusch der Kommando-Apps zu hören, oder? Ist es das? Ich glaube nicht. Aber... Ich bin wirklich schon sehr gespannt auf die Präzision. Man sieht leider nicht... Die Tode am Schluss. Doch, die sieht man leider schon. Aber man sieht leider nicht die Präzision allgemein eines Charakters. Oder einer Charakter-Klasse. Aber ich hab extra nachgeschaut. Man sieht nur die insgesamt Präzision. Was ich ein bisschen schade finde. So. Deswegen kann ich auch nicht sagen, was ich sonst für eine Präzision mit der Kommando-Apps zu haben. Aber wie gesagt, meine durchschnittliche ist... Und ich hab keine Präzision. Und ich hab dann auch keine Präzision mit dem Kasten怎樣. Und ich hab dann auch noch zehn 혓s in den Kasten. Aber ich hab dann auch noch einen Präzision. Aber das ist Continuous, das ist eine Räукung. Aber ich sollte jetzt natürlich aufhören zu schießen, weil... Ich wurde gestunnt... Kann ich nicht... Kann ich nichts dafür. Aber hey, 7 Kills, dadurch dass ich darauf schieße. Das ist doch ganz gut eigentlich. Ich dachte mir auch schon, ich könnte hier den Trigger, den Schießtrigger zu... Ich wollte eigentlich jetzt den Typ einsetzen. Zu kleben. Aber bringt mir auch nichts, weil manchmal muss ich aufhören zu schießen, um Fähigkeiten... So sind jetzt echt viele. Um Fähigkeiten eins zu setzen. Und wenn ich es dann gedrückt halte, dann schießt er nicht von vorne. So. Ich hätte mir auch so ein Limit setzen können, die ersten drei Sekunden nach dem Spawn nicht, weil es ist ja wirklich unnötig, hier rumzuballern. Ja, okay, passt. Schieße ich halt auf das Schild, ist mir auch recht. Das treffe ich wenigstens. Solange mein Präzision nicht so stark darunter leidet. Ich denke mal, das Schild ist ja... Ich zähle ja auch zur Präzision. Ich könnte auch ein bisschen weiter hinten bleiben. Ah, ich habe keinen Hyper mehr. Komm schon. Ich muss mich doch treffen. Jetzt habe ich hyper. Jetzt gehe ich da rüber zum Brains. Wobei, das schaut schon ziemlich aufgeladen aus. Wenn man mich so ansieht, könnte man meinen, ich bin der größte Noob. Komm schon, schieß. Schieß, schieß, schieß. Naja. Oh, ja, ich habe sie noch gekehlt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich muss zugeben, die Gegner spielen mir da wirklich gut rein. Die sind sehr aktiv, sind weit vorne. Ich habe noch gar nichts mehr. Wenn ich noch nicht schieß, dann habe ich noch nichts mehr. Na gut. Die Zieg habe ich noch bekommen, aber wenn ich da zwei so... Wenn zwei oder so auf dich gehen, ist das halt ein bisschen schwieriger. Oh, ich muss schießen. Ist gar nicht so schwer, sich daran zu erinnern? Oh. Oh... Oh... Was war's dumm? Ich muss halt davor gehen, mann. Ich bin nur ein defensiver Spieler, ich bleib normal hinten, aber... Hey! Schon zu Ende! Das ging ja schnell! Jetzt bin ich gespannt! Ich denke schon, dass ich eine Präzision von mindestens 5 habe. Wobei man muss halt auch dazu sagen... Das würde bedeuten, dass ich halt schon das meiste getroffen habe. Und wenn ich die ganze Zeit nur schieße, vor allem beim Spawnen... Ja, glaube ich eher nicht, dass ich eine 5er Präzision habe. Mal schauen! Ich bin gespannt! So, 12 Kills... 1,7 AKD und eine Präzision von 13! Na, von 13! Das ging ja super! Ich würd sagen, wir probieren das Ganze nochmal auf der Zombie-Seite. Ich muss mir jetzt noch kurz den Charakter überlegen. Bis gleich! Ich bin 좌w. Ich bin klar. Ich bin klar! Ich bin klar! So! Ich glaub ich mach's mir jetzt hier besonders schwierig... Oh, ne ich glaub ich muss den Charakter wechseln, weil bei dem ist es so... Wenn er schießt, ist er noch langsamer... Und das ist halt beim... Bei der Commander-Apps nicht so gewesen. Wahrscheinlich wollte ich es mir schwierig machen, ähm... Weil der General Supreme ja eine richtig schnelle Vorrate hat. Sprich, viele Schüsse, die daneben gehen können. Ich kann auch die Ziege benutzen. Der hat auch ne gute, schnelle Feuerharte. Ähm, was kann ich sonst noch nehmen? Ah, eins könnte ich mir noch vorstellen, und zwar den Mechaniker. Ich probier's mal mit dem Himmelskämpfer. Mal schauen, ist der Lamsinger? Ne, der ist nicht Lamsinger, sehr gut. Passt, Himmelskämpfer, der hat zwar ne noch schnelle Feuerharte, glaub ich zumindest. Aber... Ja, ich bewege mich halt gleich schnell. Ja, sehr gut. Oh, ich hab jetzt tausend Fähigkeiten gleichzeitig gedrückt und nichts abgezündet. Außer die, die ich nicht wollte. Nun gut. Ich würd sagen, wir gehen dann wieder... Soll ich die Regeln mir einführen, dass ich die ersten drei Sekunden nach dem Spawn nicht schießen muss? Das ist ja wirklich unnötig. Ne, wir machen's ordentlich. So, wie es sich das gewünscht wurde. Wirklich tut mir sehr leid, dass ich den Kommentar nicht mehr finde, aber wie gesagt, manchen fand ich die Idee nicht mehr so gut. Aber eigentlich find ich sie ganz nice. Oder zumindest interessant. Ist das ne Challenge wirklich? Ich weiss es gar nicht. Ja, die Challenge ist halt, über 5% zu bleiben. Die ich ja geschafft habe, aber hier jetzt offensichtlich nicht. Oder wahrscheinlich nicht, denk ich mal. Die Fahrrad ist halt dann doch noch höher. Und die Wege zu den Gegnern sind auch richtig hoch. Oder richtig lang. Und dann... Da muss ich halt meine Fähigkeiten einsetzen, damit ich schnell... ...zur Mitte hier komme. Und dann habe ich sie nicht mehr, um zu flüchten, wenn ich sterbe. Komm schon, die Apps da wisch. Da wisch ich. Oh, also den hier. Ja wie gesagt, die Gegner sind wirklich... Die spielen mir da gut rein. Aber ich habe keine Fähigkeiten. Ist das denn jetzt noch was? Nein. Hier sind die zwei. Ah, hier ist noch eine... Ach ne, eine Drohne. Die hol mich jetzt weg. Ich spüre schon. Nein, die hol mich nicht weg. Oh, wenn ich den jetzt erwische. Nein. Ich glaube aber, das war ziemlich knapp. Du, der Leckererbse. Die ist bekannt für Präzision. Ich geh mal da auf. Da kann ich nachher... Die kann ich dann weit fliegen. Und spielt so die Präzision... Ah, die Präzision, die Fähigkeit super aus. Okay. Der kommt zu mir her. Das ist mir auch recht. Ist da noch irgendwo einer? Nein, nein. Lass ihn. Ah, da. Nee, zu spät. Zu spät entdeckt. Hey, die Charaktere hätte ich aber treffen müssen, oder? Ich geh mal vor. Wie gesagt, normalerweise würde ich das so nie machen. Weil ich hier halt richtig im Pflanzenbrennpunkt bin. Aber ich möchte halt am meisten treffen. Was? Ich hab einen Schaden gemacht, obwohl ich da so in die... Zwischen die zwei geschossen hab. Ja komm, bitte, bitte besupportet mich. Nee. Ja gut, es waren zu viele. Okay, jetzt lass ich mich mal wiederbeleben. Ist vielleicht für diese Challenge nicht mehr so schlecht. Weil ich dann eben auch... Naja, ich bin halt gleich mittendrin, aber... Das Wiederbeleben... Das Wiederbelebensproblem ist weiterhin vorhanden. Dass ich nur ein halbes Leben habe. Ich lass mich noch mal wiederbeleben, weil hier ist es jetzt gerade ein bisschen ruhiger. Ich hoffe, ihr habt alle gesehen... Hey, jetzt hör doch mal auf hier. Ja okay, nee, ich lass mich nicht mehr wiederbeleben. Ich hoffe, ihr habt alle gesehen mein Video zum Thema Wiederbeleben in Garnoffer 2 und dass man das nicht machen sollte. Wow, die Runden gehen ja richtig schnell vorbei. Jetzt bin ich gespannt. Wenn nicht, schaut euch das an. Bitte belebt nicht oder nur ganz selten in Garnoffer 2, wie ihr das macht. In den meisten Fällen wenig Sinn. Ich verlinke euch das oben im Video und unten in der Videobeschreibung. Eine wichtige Sache. Ich habe es jetzt auch nur gemacht oder mich wiederbelebt lassen, weil... Das ist vielleicht ein Vorteil. War für die Challenge... Was hat das? Ich weiß es nicht. Schau dir nach... 11%?! Wow, okay, gut. Dann habe ich sogar die Challenge drüber bestanden, dass ich halt... Doppelt so viele Präzisionsprozente habe, wie ich mir eigentlich gedacht habe. Und zwar immer über 10%. Gut. War eine nicht leicht einschätzbare Challenge. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Schreibt mir gerne andere Challenges in die Kommentare. Und... Dann sehen wir uns vielleicht bald wieder. Zu einer neuen Garnoffer 2 Challenge. Bis zum nächsten Video. Ciao. Servus. 里nen G Agricbeck. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.